Nach ihm hat sich der Finanzminister zu Wort gemeldet. Herr Präsident, Herr Haus, geschätzte Damen und Herren, ich möchte beginnen mit einem Dank an den Bundeskanzler. Er hat gesagt, niemand will neue Schulden. Und daher zeigt dieses Beispiel, wir sind uns im Ziel sehr klar. Und das, was Sie hier versuchen herauszuarbeiten, ist die Diskussion über die Methodik, wie wir dorthin kommen. Und das ist, glaube ich, gerechtfertigt, dass wir hier eine durchaus konstruktive Auseinandersetzung führen. Und daher glaube ich, dass viele hier offensichtlich im Prozentsatz mehrere doch so etwas haben wie eine selektive Wahrnehmung. Jeder sucht sich heraus, was gerade für ihn günstig ist und sieht das große Ganze offensichtlich auch nicht mehr. Der zweite Punkt ist, ich sage in aller Offenheit und habe das gestern auch in dem ZIB2-Interview gesagt, Das hat überhaupt nichts mit der Zuordnung der Ministerien zu tun. Und würde ein Minister, Sozialminister sein, der aus der ÖVP kommt, würde ich genau dieselbe Kritik anbringen. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Sondern die Tatsache, warum wir das heraus noch einmal gestrichen haben, ist, dass wir gesagt haben, wo sind die ganz großen Entwicklungen und Brocken, die wir angehen müssen. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun. Und wenn hier alle aufmerksam zugehört hätten, es wird keine Arbeitsgruppe geben zum Spending Review. Wir setzen das im Ministerium in meinem Haus bereits um. Und ich sage, wenn wir wollen, dass alle anderen diese Methodik anwenden, um die Ausgaben auf ihre Effizienz und Wirksamkeit zu überprüfen, dann muss gerade mein Haus der Erste sein, der das tut, um dieses Beispiel zu geben, dass alle diesem auch folgen sollen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ein zweiter Vorbemerkungspunkt, damit das auch gleich klargestellt ist, kann man alles nachlesen. Es hat überhaupt keine Kritik an den Investitionen in die Infrastruktur gegeben. Meine Kritik war, wir haben Vorbelastungen in Höhe von 140 Milliarden eingegangen und wir sollten in Zukunft mit diesen Vorbelastungen sorgsamer umgehen, um nicht, wie von allen gefordert, die nächste Generation damit zu belasten. Und ich habe ausdrücklich gesagt, dass ich die Frage der Investitionen, die bisher beschlossen wurden, der Brenner Basistunnel wurde erwähnt, überhaupt nicht in Frage stelle. Also auch hier haben wir so ein Problem offensichtlich der selektiven Wahrnehmung. Nun, eine letzte Vorbemerkung, bevor ich auf einige Details eingehe. Herr Rossmann, ich betrachte es als Lob, wenn Sie mich als schwäbische Hausfrau mit Schnurzschnauzbart bezeichnen. Aber ich würde mich an Ihrer Stelle bei den schwäbischen Hausfrauen entschuldigen. Denn würden wir uns so verhalten, und das ist Ihr alter Slogan, das haben Sie übrigens dem Herrn Scheible auch schon vorgeworfen einmal, würden wir uns so verhalten wie die Schwaben und würden wir uns so verhalten wie die schwäbischen Hausfrauen, hätten wir die Hälfte der Budgetprobleme mit Sicherheit nicht. Und deshalb stehe ich auch dazu. Und ich stehe auch dazu, Sie müssen es ja nicht teilen, es ist ja ganz klar, wenn Sie mir eine neoliberale Agenda vorwerfen, halte ich das aus. Aber wahrscheinlich bin ich vom Neoliberalismus weniger entfernt wie Sie von der ganz linken Struktur. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn man einen Punkt dazu noch erwähnt, da kommt immer der Abgeordnete Rossmann mit der Sparpolitik in Europa. Ich weiß nicht, ob Sie sich jemals einmal die Schuldenentwicklung in Europa angeschaut haben, dann könnten Sie vielleicht sehen, dass mit Ausnahme jener Länder, die komplett in den Graben gefahren wurden wie Griechenland, kein einziges Land im Wesentlichen die Schulden heruntergefahren hat, sondern alle haben investiert aus der Krise heraus. Und daher glaube ich, wenn Sie sich das wirklich anschauen, dann kommt schon noch ein Punkt, der von Ihnen auch immer kommt. Und ich sage das bei den Pensionen gleich ganz generell, ja, das macht ja Spaß, wenn jemand sagt, im Jahr 2050 sind es nur 1,5 Prozent mehr. Würden Sie nicht gerne diese 1,5 Prozent in Forschung, Entwicklung, Bildung investieren? Diese Frage müssen Sie sich stellen. Und wenn Sie noch hochrechnen, Sie sind ja ein gewiefter Rechner, Herr Professor Rossmann, Sie sind ja ein gewiefter Rechner. Ja, natürlich. Bei den Ausführungen ist es doch sehr professorial. Also ich habe da gar keine Probleme damit. Wenn Sie das wirklich durchrechnen und eine Hochrechnung machen, wie das BIP nach heutiger Annahme, die möglicherweise völlig falsch ist, bis 2050 prognostiziert wird, dann können Sie sich die Summe errechnen, die wir zusätzlich benötigen. Und ich sage auch noch dazu, und das habe ich ja damit gemeint, und Sie haben das ja auch kritisiert, dass ich gesagt habe, dass wir diese Zuschüsse reduzieren können, nicht kürzen, sondern reduzieren können. Und ich sage Ihnen folgendes Beispiel. Wir haben eine Beamtenpensionsreform gemacht, die war schwierig. Die Folge dieser Beamtenpensionsreform ist, dass in den Jahren 2015 bis 2020 die Beamtenpensionen nur um 15 Prozent mehr benötigen, aber dort, wo wir keine Reformen gemacht haben, um 30 Prozent mehr benötigt werden. Und das muss doch ein Ansatzpunkt sein, wo wir sagen, schauen wir uns das an, was können wir hier machen, ohne in bestehende Strukturen einzugreifen. Und wenn Sie das faktische Pensionsantrittsalter ansprechen, dann sage ich Ihnen dazu... Ich bin schon weg von Ihnen. Also es dreht sich nicht die ganze Antwort jetzt um Sie. Wenn ich das faktische Pensionsantrittsalter anspreche, wir kommen nicht schnell genug voran, wenn man sich die statistische Herausrechnung anschaut, die bezogen ist auf die Reha-Geldbezieher. Nun, wenn man sich einzelne Punkte anschaut, Sie können gern, Herr Klubobmann, oder Sie können es gern zu einer Ex-Berichtigung machen, ich habe gar kein Problem damit. Ich darf vielleicht auf ein paar Punkte noch hinweisen. Es ist natürlich leicht, hier sich herzustellen und zu sagen, an allem Schuld ist das Budget. Und an allem Schuld ist der Finanzminister. Ich nehme das auch gern auf mich. Aber schauen Sie sich doch einmal unsere Gesetzeslage an mit den Ministeriengesetzen. Und schauen Sie sich einmal genau an, welche Eingriffsmöglichkeiten eigentlich ein Finanzminister ins Budget in den einzelnen Ressorts hat. Und schauen Sie sich einmal an, warum manche Lösungen so entstehen, wie sie entstehen. Und da zeige ich einen zweiten Punkt dazu. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass nach dem Haushaltsrecht ich keine Budgetierungen vornehmen kann, ohne gesetzliche Grundlage. Und wenn es keine gesetzliche Grundlage gibt, dann kann ich das auch nicht budgetieren. Da können Sie jetzt darüber diskutieren, ob das richtig ist. Und was das Klima anbelangt, wenn Sie auch hier aufmerksam zugehört haben, habe ich gesagt, wenn die Klimastrategie vorliegt, wird es im Bundesfinanzrahmen realisiert. Es ist nicht so spät. Und wir diskutieren das ja im Ausschuss auch immer. Sie machen immer mich für die Klimastrategie verantwortlich. Ich finde das eigentlich sehr eine spannende Geschichte. Wenn man sich die Herausrechnungsfrage anschaut mit den Flüchtlingen, so haben Sie ja völlig recht, dass wir hier eine längerfristige Entwicklung zu berücksichtigen haben. Aber herausrechnen darf ich Sie nur für 2016 und 2017. Und dann ist es vorbei. Und nicht mehr in dem strukturellen Defizit, das wir jetzt zurzeit Ihnen vorlegen. Die Frage, die sich daraus ergibt, ist auch die Frage, wie setzen sich denn eigentlich diese Gesamtkosten, die wir für die Herausrechnung heranziehen, zusammen. Wir haben da drinnen die Grundversorgung, die Asylverfahren, das Grenzmanagement, die Integration durch das Außenministerium, die Hilfe vor Ort durch das Außenministerium, die zusätzlichen Sicherheitskosten für die Landesverteidigung und die aktive Arbeitsmarktpolitik, die wir benötigen. Dieses setzt sich dann zusammen. Und daher kann man nicht vergleichen, was war vor einem Jahr und was ist jetzt, weil es damals diese Maßnahmen, wie zum Beispiel den Assistenzeinsatz, den wir finanzieren, gar nicht gegeben hat. Die Frage, die auch aufgeworfen würde im Rahmen des Budgets, möchte ich auch noch einmal klarstellen. Wir finanzieren derzeit diese Republik so, dass wir langfristige Finanzierungsverträge abschließen. Und je nach Haltwertszeit des Finanzministers oder der Finanzministerin würde ich meinen, dass durch die Abschlüsse, die wir jetzt tätigen, ungefähr die siebte Finanzministerin und der Finanzminister nach mehr noch von unseren Verträgen mit den Niedrigzinsen profitieren wird. Genauso wie wir jetzt noch einen Nachteil haben aus den Verträgen, die von früheren Jahren gekommen sind. Und ich glaube schon, wenn man diesen Weg beschreitet, dass wir hier auch in dieser Frage, was die Zinsentwicklung anbelangt, auf einer sicheren Seite sind. Der Finanzausgleich wurde angesprochen. Ja, was kann ich budgetieren im Finanzausgleich ohne Rechtsgrundlage, aktuell nichts. Und ich werde Sie so auf dem Laufenden halten, was dann die Ergebnisse dort sein werden. Machen Sie sich keine Sorgen. Es wird dieses Ergebnis dann geben. Kalte Progression ist angesprochen. Ja, mein Vorschlag liegt auf dem Tisch. Und weil der Herr Klubobmann-Strolz gemeint hat, wir müssen das im nächsten Budget drinnen haben, jetzt haben wir Vorkehrungen über die Steuerreform getroffen, dass die kalte Progression abgegolten ist. Nun, die Fragestellungen mit der Frage, kommen wir herunter, kommen wir auf den richtigen Weg, möchte ich noch einmal aus dem Budget Ihnen zitieren. Wir haben um 827 Millionen weniger Auszahlungen und wir sind um 2,2 Milliarden geringer in der Verschuldung, wie wir sie im Bundesfinanzrahmen, der dieses Haus beschlossen hat, eingetaktet hatten. Daher glaube ich, dass wir mit Fug und Recht sagen können, wir sind auf dem richtigen Weg. Und wenn Sie es noch einmal wissen wollen, was ich auch gestern gesagt habe, wir sollten diesen Weg nicht nur fortsetzen, sondern wir sollten ihn beschleunigen. Und dann kommen wir auch dorthin, wo wir uns Spielräume schaffen, um in die Zukunft zu investieren. Und ein letzter Punkt noch, weil der Herr Klubobmann-Luger und auch der Herr Hable gesprochen haben über die Heter. Ich war einigermaßen entsetzt gestern, dass nach eineinhalb Jahren Ausschussbericht hier eigentlich niemand bereit war, dem Ausschussbericht irgendwie zuzuhören. Ich glaube, die Arbeit hat sich ausgezahlt. Die Arbeit hat sich ausgezahlt. Aber wenn gestern dann in einem Interview sowohl Hable als auch Kogler sagen, auf meine Ankündigung hin, wir brauchen eine Finanzmarktreform, das als Ablenkungsmanöver zu bezeichnen, dann weiß ich nicht, ob sich die Arbeit wirklich gelohnt hat. Denn genau das war durch die Argumentation im Untersuchungsausschuss zu sagen, die Aufsicht hat nicht hundertprozentig funktioniert und deshalb müssen wir dort etwas ändern. Jetzt gehen wir das an. Und das ist eigentlich symbolhaft für das Politikverständnis. Etwas kritisieren, was noch nicht am Tisch liegt, davor es fordern und wenn es dann kommt, zu sagen, brauchen wir alles nicht, wollen wir alles nicht. Und die Frage, die uns Gott sei Dank für die Zukunft nicht mehr belasten wird, ist das Thema der Heterlösung. Und ich würde gerne auch einmal mit jenen diskutieren, die weiterhin der Meinung sind, die bessere Lösung wäre gewesen, die Heter samt Kärnten in Konkurs zu schicken und dann Österreich in eine Situation zu bringen, wo wir nachhaltig viel größere Budgetprobleme bekommen hätten, wie wir jetzt, wenn wir dieses Problem lösen. Und daher glaube ich, wir sollten zur Kenntnis nehmen, das, was machbar war, stellt dieses Budget dar. Die Einzelfragen sind in den Ausschüssen bei den Kapiteln zu lösen und werden sicherlich in jeder Frage ausreichend beantwortet werden. Daher meine ich, wenn wir das wirklich ernst meinen, was heute auch hier gesagt wurde, dann sehe ich hier keinen Streit über die Ziele, wo wir dieses Land hinbringen wollen. Ich sehe nur einen Diskurs darüber, mit welchen Maßnahmen schaffen wir diese Zielerreichung. Vielen Dank. Applaus